Spielsucht wird offiziell zur Krankheit, PlayStation Now bekommt angeblich auch Download-Spiele und immer mehr Spiele nutzen Red Shell. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das sind heute die News. Vor einigen Monaten hatte es die WHO, die World Health Organization, bereits angekündigt. Jetzt ist es passiert, Spielsucht oder im Englischen Gaming Disorder wurde in den Katalog der offiziellen Krankheiten aufgenommen. Unter dem Abschnitt 6C51 heißt es da bei den Kriterien für Gaming Disorder erstens beeinträchtigte Kontrolle über das eigene Spielverhalten, zum Beispiel in Sachen Häufigkeit, Intensität, Dauer, Beginn oder Ende des Spielens, zweitens zunehmende Priorität für das Spielen bis zu dem Punkt, an dem Gaming Vorrang vor anderen Lebensinteressen und täglichen Aktivitäten hat und drittens weiterspielen, obwohl bereits negative Konsequenzen auftreten. Kurz gesagt, wer zu viel zockt und deshalb Familie und Karriere vernachlässigt, obwohl er weiß, dass das negative Konsequenzen hat, der gilt als spielsüchtig. Es gibt natürlich jetzt jede Menge Gegenwind von verschiedenen Branchenvertretern und Branchenverbänden. Die ISA in den USA und auch der Deutsche Game sagen, dass diese ganze Entscheidung auf zu wenig wissenschaftlichen Studien fußt und man fürchtet, dass das Ganze zu jeder Menge Fehldiagnosen führen kann, dass zum Beispiel Leute, die eigentlich unter Depressionen leiden, dann fälschlicherweise Gaming Disorder attestiert bekommen. Das Ganze ist jetzt zwar offiziell, aber noch nicht final, denn erst im Mai 2019 wird die Gaming Disorder dann in die inzwischen elfte Version des Krankheitenkatalogs aufgenommen. Bis dahin könnte man daran noch was ändern, das scheint aber nur noch eine Formsache zu sein. Xbox hat den Game Pass, EA hat Origin Access bzw. EA Access und Sony könnte demnächst mit PlayStation Now nachziehen. Denn momentan ist PlayStation Now ja ein einzig und allein auf Streaming ausgelegter Bezahldienst, der könnte aber bald auch eine Download-Möglichkeit bekommen. Das hat zumindest jetzt Kotaku UK von einer Insider-Quelle erfahren. Da heißt es, dass schon dieses Jahr, konkret im September, PlayStation 4-Spiele auch bei PS Now zum Download angeboten werden. Um das kurz zu erklären, momentan funktioniert PlayStation Now so, man bezahlt monatlich rund 15 Euro und kann dann aktuelle und ältere PlayStation-Spiele über Streaming auf die eigene PlayStation oder sogar den eigenen PC streamen. Alle Berechnungen passieren dann aber auf einem Sony-Server, werden dann über das Internet übertragen und wenn man jetzt eine eher unzuverlässige Internetverbindung hat, dann kann das das unmöglich machen, so zu spielen. Mit so einer Download-Option könnte man so ein Spiel dann einmalig runterladen und dann eben auf dem eigenen Gerät spielen. Wichtig aber, das ist erstmal wohl nur für die PlayStation 4 gedacht, man kann sich also nicht auf seinen PC-Playstation-4-Spiele herunterladen. Offiziell bestätigt wurde das Feature bisher von Sony übrigens nicht. Vor einigen Wochen hatten wir schon mal darüber berichtet, aber Red Shell treibt weiter sein Unwesen. Das ist ein eigentlich als Marketing-Tool gedachtes Programm, das aber von immer mehr Spielern als Spyware verschrien wird. Insgesamt sind über 50 Spiele davon betroffen, die mit ihren letzten Updates dieses Programm installiert bekommen haben und was macht das? Es liest Informationen aus, wie zum Beispiel das Betriebssystem, die Versionsnummer des Browsers oder die IP-Adresse. Was das Programm nicht macht, ist tatsächlich sensible Informationen wie Namen, E-Mail-Adressen oder Anschriften irgendwie auslesen. Trotzdem haben sich jetzt immer mehr Entwickler darüber ausgesprochen und erklärt, dass sie Red Shell wieder entfernen wollen oder mit dem nächsten Update diese Entfernung passieren wird, darunter Titel wie die ganze Total War-Reihe, außerdem auch Spiele wie The Elder Scrolls Online, Conan Exiles, Vermintide oder Hunt Showdown. In der Zwischenzeit haben sich auch die Entwickler von Red Shells zu Wort gemeldet und erklärt, dass das vielleicht eher ein Missverständnis ist, man wollte da kein Spyware-Tool anbieten, sondern vielmehr ein Programm veröffentlichen, das den Entwicklern hilft, ihre Spiele besser zu machen. Das Letzte, was man wollte, war wirklich, die Spieler-Communities da zu verärgern. Das war es soweit mit dem News. Teil der Sendung jetzt noch ein Hinweis von unserem Sponsor. Denn in Zusammenarbeit mit Razer verlosen wir ein Gaming-Notebook. Wenn ihr das gewinnen wollt, dann folgt dem Link in der Beschreibung. Die nächste Folge, der News gibt's morgen. Bis dahin, weiterspielen.